Auch ich bin manchmal von Lügen gefangen, wie ich siehe. Ich dachte, war einmal frei. Was geht über uns? Du bist Gottes Empfindung. Jesus schenkt dir die göttliche Natur. Jesus macht dich vollkommen. Hast Jesus schon mal dein Leben aufgenommen? Komm, mach dich weiter. Schau, Jesus, wie jeder glaubte, dass es Bildung kommt von dir heilt. Glaube ich an uns. Glaube Gott. Flieg, heftig blick auf Jesus. Giss mir mein Glück, Jesus. Geh mir frei, Amen. Ich muss gleich mit deinem Leben zu hören. Ja, sehr gerne. Du kannst einfach sagen, Jesus verdient mir alle Söhne. Und in deinem Leben gibt es mir her. Zeig Gott. Der macht dich vollkommen. Der ist eine ewige Zukunft mit mir. Weil Gott verlangt vollkommenheit für uns. Weil er auch vollkommen ist. Er schafft keine Menschenreise. Darum hat er direkt überschafft von Jesus. Er schafft Jesus an. Ja. Okay. Danke. Danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020